Ja, man kann schon sagen, wir sind nachher im Paradies. Und wenn wir jetzt so rausgeschaut haben, auf dieser Palmenhain, ist es auch nicht mehr so paradiesisch gewesen. Ja, weil das Feuer auch immer weitergerogelt hat. Also das hat eigentlich gar nicht aufgehört. Und da hast du dich natürlich gefragt, ja, kommt das wieder? Und äh, gleichwohl, wir sind dann zum Essen an den Tisch gehockt und gerade drüber haben sich die Rollen gewechselt. Vorne habe ich ja dann den Schlauch gehabt. Jetzt fragt er mich, was ich denn essen möchte. Und das ist schon ein bisschen komisch gewesen. Da haben wir also auch blitzartig gedacht, wir sind da am falschen Ort. Gleichwohl hat er Hunger gesiegt und wir haben dann eigentlich alles gegessen gehabt. Und dann sagt er, mit dem wir vorne zusammen den Brand gelöscht haben, wir sind eingeladen zum Essen, wir müssten nur Getränke zahlen. Und das war super, das hat eigentlich die Situation gerade wieder hergerückt, so wie es vom Empfinden her auch hier war. Zumal ich ja am Anfang, als wir gehandelt hatten, weil ja eben kein Wasser in diesem Zimmer war, als ich noch gesagt habe, ja, ja, nein, wir wollen nicht gehen, oder? Er hat immer gesagt, you can check out. Nein, nein, wir bleiben schon, aber vielleicht, wir finden eine Lösung, gibt es etwas zu essen. Es ist dann noch der Strom ausgefallen und es ist auch herausgekommen, dass Feuer, das ist schon mal da gewesen. Die Jahre davon hat es auch immer mal brennt und das hat bei uns so ein Besorgnis ausgelöst, dass wir davon träumt haben, Geld zu sammeln für ein Löschfahrzeug und sogar für ein Löschflugzeug. In San Ignacio selber gibt es eine Kirche, die ist von den Jesuiten um 1700 herum gebaut und ich möchte auf das Bild hinweisen, weil später dann in Mexiko City eigentlich ganz ähnliche Fassaden wieder zu sehen sind. Toll ist, dass sich die Rundungen, das Sonnensymbol der indianischen Ikonographie sich dann hier mit christlichen Zeichen verbindet und das ist eigentlich schon etwas, was typisch ist für Mexiko.